ein frisches skyhide meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen runde battlefield 4 heute ist mal noch jemand mit dabei und zwar der mr willy oder auch der freddy der ja schon ein paar mal dabei war was für ein spaß die genau du so wir was spielen wir überhaupt metro eroberung auf metro ist heute so und ja ich komme ich hänge an dem stuhl fest erstmal safe alles runterballern also wir spielen eroberung auf metro wahrscheinlich sitzen die hier unten schon mit einem fucking granatwerfer entschuldigung fucking sagt man nicht unbedingt in einer speziellen situation war ich hasse die sind aber irgendwie da kannst du nicht mit 3 war die irgendwie besser ja da kannst du nicht mit slug spielen auf der map da muss wie die normale dings auspacken soja ich spiele heute mal shotguns weil ich will mir mal die die spaß freischalten die ober shotgun vom herrn ja was machst du das mit der spaß ja alter ist ganz schön das spielst du gerade immer noch auf mein gerett äh ich sitz hier unten, da kommt gerade nur nade und dann kommen da gleich leute ja da kommt der von da drüben, nein nades erlaubt, ja ne ja nades sind erlaubt oh man ich muss den hier äh 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 gmodus anmachen ne sonst ich bin gerade auf die windows tasse gekommen ach so, das ist nicht so nice so, okay hier bin ich gespawnt, ich will besser runter wenn bin right behind, habe ich gesehen, als ich mich fragst, kommt keiner da rechts rum gehen jetzt mal rein, aber erst mal, oh e ist benutzt ja ich warte hier, ich könnte auch medic mit shotgun spielen ja wenn du sterben sollte mach schluss mal ist da bei dir was? nein von hinten links, er steht jetzt hinter ner rolltreppe, guck jetzt wieder er läuft jetzt unseren gang hoch ich treff den nicht nice ich will da nicht raus irgendwie ich geh da aber jetzt raus hier ist voll dunkel jetzt kann ich schwer sein alter ist schon wieder tot? ein äh schatz ein äh schatz ein schatz ein schatz ja der springt und gib mir ins nicht vorne an der wasser wo war der? hinten ein rolltreppe ja auf der linken seite oder was? ja ok du bist da umgelaufen hey da musst du an der seite, da ist aber oben oder? ne da liegt der bitch don't challenge me oh shit ah der schritt direkt auf so wir rennen jetzt mal ganz schnell weil es ist metro, das ist ein Schnellzug wir flitzen jetzt mal ganz schnell da rüber und sterben was ist das ein Schnellzug? ja das ist ein Schnellzug jetzt bin ich unten wieder direkt verreckt komm raus spring grad nach oben und boots headshot so jetzt unterstützen wir mal den so mal gucken hier was brauchen wir von der shotgun verstärker aber ich probier es doch mal mit slug jetzt versteht sie das besser so warum magst du die map nicht? aufgeriss ich spawn lol ja warum? und scheiß das finde ich so kack du spawnst bei B und spawnst eigentlich bei A spawnst ja da sind welche bei B headshot einige angeltet links und rechts ja das ist einer hinter dem fotoautomat genau da wo das ding gerade hingeflogen ist schreibtisch alles klar halt aufzug kommt hoch ja aufzug ist einer hoch aufzug ich komme im aufzug hoch so da heißt da muss ja gleich einer rauskommen oder stehen ne hier ist aber nichts ist safe wir sind bei A ja nach A oder? ja aber keine ahnung irgendetwas da labert der auf russisch kann ich nicht reden da muss ja irgendwo im haus sitzen wenn der da ah ich weiß wo der sitzt lol er war direkt ich wusste dass der da ist Rissi komm ja ich komm ah du hast oh geil er war da in der Ecke doch ich habe irgendwie gewusst ich habe echt gedacht da ist jetzt oben drin weil der andere oben verreckt ist aber egal wir haben alle Punkte aber C wird gerade da glaube ich eingenommen oder? ne ah der hat doch gerade geblinkt boah das ist wieder da drin wo der vorhin war da war ja medic mit einer A91 bin schon weiter gelaufen das kann nicht sparsam sein ja kanns auch nicht da kommt ein Sniper und läuft dem hinterher der medic verreckt und deswegen verreckt ich jetzt auch hehehe das ist wieder super aber gut ich glaube die Leiche ich sehe da gar keine Leiche ja die ist schon hinweg gebackt ja ich sehe da nirgends woanders jetzt auf die andere Seite ja ich bleib mal hier ja ich bleib mal hier oh shit runter gehen sollten wir aber nicht ja ich krieg der überall nur auf dem Sack ja ich sehe ja nicht mal nen Gegner ja so dumm die retzen einen und dann jetzt gar nichts weil eh jeder verreckt weil die direkt nebendran stehen ja deswegen sollst du ja auch wenn einer stirbt du sollst ihn ja gar nicht retzen sondern eher erstmal die Gegner killen und dann den retzen lol das war ein kill einfach mal um die Ecke geguckt geschossen und ein Headshot ich schreck schon wieder auf die Eier mir wurde grad zu gesmoked das kann ich was das ist 6 HP lol da oben fuck er hat grad den Defi ausgepackt und hab den nicht gesehen und dann hat ich mich einfach hingelegt und dann hat er mich gekillt Nein viel brauche ich noch für dich Spaß noch 3000 Punkte ich packe jetzt mal die Dao aus nur die Dao ja die für die Dao der Pumpgun-Tschür easy multi-kill multi-kill ja was jep weißt du warum als ich mit der Dao hier hochgerannt bin viele Leute weggemacht hab ganzhaft ja die haben da gesmoked die haben mich nicht hochkommen sehen shit da war ne das kann nicht sein der hat noch neun HP ah ich musste nachladen fuck kann nicht oh die Dao ist nice aber ich krieg mir nix geschissen die brauchst du lange zum nachladen ne in der Glamour hab noch 15 HP dann passt jetzt so ne Scheiße dann kommt der von unten runter ne ja und dann kriegst du es nicht mehr ich nehme jetzt mal die Saiga ja weil die hat irgendwie noch irgendwie was gutes die hat noch so ein geileres Magazin zum aufladen der rennt da hinten rum ok da war einer der kam da hinten die Treppe der läuft jetzt zur Rolltreppe zum Aufzügen davor der kommt da gleich um die Ecke alter neun HP genau da das kann doch nicht wahr sein ich bin tot ja also die Saiga ist scheiße die Saiga ist irgendwie ne Kack Shotgun die sitzen schon wieder alle oben an der Treppe die sitzen schon wieder alle oben an der Treppe ne ja ich weiß so will ich grad was für einiges die sind was was und die sind die sind die sind die sind Oh Mann, das ist noch einer am Aufzug. Ja, warum steht der Aldi hier hinten? Alter, von wo werd ich beschossen? Okay, die kommen rechts schon durch den Tunnel. Er ist schon tot, er hat einen Headshot kassiert. Ich guck mal auf die Aufzüge. Ich glaube, da kommen eher weniger mit Aufzügen hoch, sondern eher mit links. Die kommt bei mir an der Rolltreppe gleich hoch. Ja, links, ganz links. Es ist hinten in der Ecke, da seh ich die nicht. Ja, da ist schon wieder. Wir sind... Siehst du schon wieder irgendwo durch? Wir wollten hinter uns raus. Oh, ich hab den nicht getroffen. Obwohl, doch, ich hab den übel getroffen. 93 Schaden, weil Hilfe zählt als Kill. Nein. Wenigstens gewinnen wir. Easy. Easy peasy. No problem. Ja. Das war eine weitere Folge Battlefield 4. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde jetzt sagen, schaut doch mal bei Freddy vorbei, aber der hat keinen Kanal. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dir gehören die letzten Worte, Freddy. Tschüss. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.